Ho, 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 meine lieben Nerdstar-Zuschauer, ich weiß, ich bin für Weihnachten ein bisschen früh drin, um Santa Claus zu sein und für Nikolaus, obwohl ich mit ihm den Vordernernamen teile, ein bisschen spät. Dennoch habe ich ein riesiges Bonbon für euch mitgebracht und das ist dieses Announcement. Wir sind morgen mal wieder live auf Sendung, morgen Sonntag, der 21. 17 Uhr, 17 Uhr, genau, Uhr. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen spät. Allerdings nicht zu spät, um euch zu sagen, dass wir Aufbau West live bei uns im Studio haben. Wir werden sie interviewen, sie werden live bei uns performen. Wir haben Gameplay, Lara Croft, der Tempel der Osiris. Wir haben Film, der Hobbit 3, was sagen die Zuschauer. Wir haben 1000 Geschenke, unser Jahresabschluss. Das heißt, wir beschweren uns selbst, Steffen bekommt die Route, schaltet ein, habt Spaß. Nerdstar Live!